Das ist Laura Schälchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten der Leute, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die Spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von Inglewood. Aber was macht jetzt Laura nochmal? Ich mache alles rund um Essen und Trinken. Angefangen hat sie in New York mit einem Sandwich-Lunchclub. Aber eigentlich hat sie schon mit 8 Uhr losgelegt auf dem Tennisplatz der Eltern mit einem Krebsstand. Aber das würde jetzt zu weit führen. Heute leitet sie Workshops und Kurse, veranstalter Exkursionen, ist Präsidentin von Slow Food Youth Schweiz und macht zahlreiche Pop-Ups oder wie man sagt... Temporäre Gastronomie. Aber unter dem Strich könnte man sagen... Umso mehr wir wissen über Lebensmittel, umso bessere Entscheidungen können wir als Konsumenten treffen. Und ausserdem ist sie ehrlich. Es geht mir eigentlich um den bewussten Genuss. Es geht mir überhaupt nicht um Lehrmeisterisch zu sein und zu sagen, es muss lokal sein, es muss bio sein, es muss das, das, das. Weil dann fühlst du viel Lust daran. Also macht sie nur das, was sie wirklich Lust darauf hat. Manchmal geht es um Leute, manchmal geht es um eine Thematik. Manchmal möchte ich auch einfach, dass die Leute geil essen können. Und geil essen kann man im Burgerladen Inglewood. Im Zentrum von Genf haben die beiden Brüderen Maiko und Bastien Nicolet mittlerweile schon zwei Lokale eröffnet. Die beiden haben schon immer gewusst, dass sie mal etwas zusammen machen werden, wie zum Beispiel ein regionales Burgerrestaurant. Aber alles bekommt man halt nicht. Manchmal muss man, wenn man eine Karte variiert hat, mit vielen verschiedenen Burgern und Ressetten, dann muss man in anderen Ländern ein bisschen piochen. Dafür haben sie eine Linie. Also sie haben extra zwei Sachen auf dem Menü, also um die 15 Franken. Das heisst, du kannst als Familie als Vierter dort reingehen und wenn du nicht viel trinkst, 100 Franken ausgeben. Ja, das war immer unsere Philosophie. Wir haben eine bessere Qualität, aber wir haben diese Preise wirklich korrekt. Ich glaube, sie haben sehr einen Nerv drauf mit ihrer Idee und ihrer Vision. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Ausserdem wissen sie genau, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. So zum Beispiel die nicht weit entfernte Brasserie des Murailles, die jetzt ihr eigenes Inglewood-Bier braut. Sie ist sehr, sehr einfach. Das ist die Idee. Wie ist das? Das ist die Birgölwood. Das ist die Birgölwood. Das ist die Birgölwood. Birgölwood. Nathalie Dross und Philippe Mergon betreiben die Kleinbrauergähe mit vier Angestellten auf ihre spezielle Art. Wir haben ein System, wo die Kühle in double Envelope ist. Und die ganze Wärme von der Bier wird die Wärme benutzt, um die Wärme zu schäufern. Und die Wärme zu schäufern ist jeden Tag wieder benutzt. Das ermöglicht eine grosse Energiekönöne. Das ist die Energiekönöne. Vas-y pousse. Ich kann mit Vége pousse. Sans den Pied. Le Muisier, c'est le Patron. Ah, vous avez rangé ici au Pousse. C'est vraiment positif, si on arrive vraiment à créer une relation même d'amitié. C'est important. Und irgendwie, wenn du dann sie zwei auch siehst und den Ort siehst, dann passt das auch. Also, weisst du, Philippe ist ja nicht so einer, der kommt und sagt, ich bin Philippe, ich bin Biobreuer und das sind meine Biobreine. Salut Philippe. Salut. Salut Philippe. Le Brasseur vient. Was es mir sehr gefallen hat, ist wie balanciert all die Biere waren, die wir hatten. Aber ich lasse mich da auch immer ein bisschen beeinflussen von den Leuten, die dahinter stehen. Das ist einfach so. La plus commune. Je dirais que c'est la blonde quand même. La blonde. Oui. Après la blanche, puis ensuite la rousse. Parce que la rousse est quand même plus alcoolisé, un peu plus lourd aussi en mangeant. Donc c'est vrai que déjà avec le burger, ça passe un peu mieux la blonde ou la blanche que la rousse. Oui. Oui. Et la meilleure, ça sera... Et la meilleure, ça sera la bière geloud. Exactement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On fait le burger du moins comme ça. Apropos kochen. Bastien, son Lieblingsburger, c'est le cancan. Crispy bacon mit Cheddar-Kaise, Zwiebel, Salate, Inglewood-Sauce und Barbecue-Sauce. Und Maiko bevorzugt le valaisant mit Raclette-Kaise und einer Pfefferkruste. Und jetzt Laura, der ihrem Slowfood-Namen alle Ehre macht. It's gonna take a long time more at these babies. Ja, jetzt müssen wir kurz warten. Now they're getting bigger. Maison a can see verbrannt, und ich will, dass sie verbrannt sind. Das gibt einen geilen Geschmack in Mayonnaise. Les chilies, je mixe avec le huile et ça c'est la base de Mayonnaise. Et après je mets le huile au pot avec les œufs. Also, ich habe wie das Gefühl, sie schauen mir so mega genau zu, wenn ich da meine Sauce amachen bin. La sauce avec les fumées comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose de très original et puis c'est quelque chose qu'on pourrait proposer, par exemple, en Burger du Mois. C'est bon? Très bon. You hire me? Und was auch immer die Zukunft bringt. Für beide ist klar. Le but, ça sera toujours d'avoir la meilleure qualité, un super prix, dans une ambiance... ...conviviale et conviviale. On est pas comme ça, on gardera toujours la ligne Yolwood. Même si on fera des concepts totalement différent. Ch谢谢 vous. H 와 à la même haute de vous à la même haute, revient et de Bull Touchback fuck Gott, On a la même haute du habituel. Les filles incentivent. Deu-ille à la même haute. Siement, en fait, aller смотреть.